Willkommen auf einer Baustelle in Uster. Nicht irgendeine Baustelle, sondern eine unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit. Stadt Uster setzt sich dafür ein, dass man seit dem Jahr 2021 dem Thema Nachhaltigkeit mehr Gewicht geben. So geben wir in den Baumeister-Ausschreibungen dem Kriterium separat Gewicht und versuchen, mit dem Ingenieur und dem Unternehmen zusammen Lösungen zu finden, um eine Baustelle nachhaltiger zu betreiben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Hibag hat mit Québéco eine Nachhaltigkeitsmarke lanciert, die ökologische, ökonomische und soziale Aspekte aufgreift, um einen positiven Einfluss auf die Klimabilanz der Bauvorhaben zu nehmen. In Zusammenarbeit mit Neustark haben wir den umweltgründlichen Schweizer Beton entwickelt. Neben einer umweltschonenden Aufbereitung von Sekundärrohstoffen haben wir zudem den Schwerpunkt auf die Regionalität gerichtet. Zum Einsatz bei der Auflieferung ist zudem der erste vollelektrische Fahrmische der Schweiz gekommen. Dank dem gewonnenen Vertrauen mit der Stadt Austark haben wir somit im Beton und über 900 kg CO2 einsparen können.